Der Ball kann die Erdanziehung nicht überlisten, eher der Stürmer den Torwart. Wie 1988 Frank Mill. Leidtragender Ralf Raps, Hannovers Torwart. Ich glaube, dass ich in Schlitzer war auf dem Platz und immer das Beste für meine Mannschaft versucht habe, rauszuholen. Aber von meiner Mutter habe ich es wahrscheinlich nicht. Wenn, dann habe ich es wahrscheinlich ein bisschen mehr von meinem Vater gehabt, diese Schlitzohrigkeit. Und mir hat Norbert Dickel gesagt, der ist mit allen Abpassern gewaschen. Bayern Dortmund, 9. August 1986. Erster Spieltag unter anderem mit dem von Gladbach nach Dortmund gewechselten Stürmer Frank Mill. Es geht um diese Szene. Jean-Marie kam raus, den habe ich dann noch ausgespielt und im dritten Auge habe ich einen Bayern-Spieler kommen sehen. Und dann wollte ich einmal in meinem Leben was anderes machen, einmal den Ball abklemmen, sodass der Bayern-Spieler ins leere Tor reinfliegt. Das ist dann leider in die Hose gegangen. Tja, dann ist er in Pfosten gelandet. Und das hat mich dann im nächsten halben Jahr, war es dann ziemlich übel. Eine Sekunde nachgedacht, dann wahrscheinlich wirklich gesehen, der Torwart kommt, was mache ich jetzt? Und wenn man zu viel nachdenkt als Stürmer, ist es auch vorbei. Ich war zu schnell für den Ball. Ja, der Ball war zu langsam und ich war zu schnell. Das Faszinierende ist ja, dass kein Fußballer über dieses Tor spricht. Das machen jetzt nur Nicht-Fußballer oder Journalisten. Nach Armer gäbe es. Jakub Blaschikowski, kurz Kuba, auch im Dortmunder Trikot. Das war ja schon der potenzielle Nachfolger. Ist aber leider nichts draus geworden. Oder Edgar Pripp, als Führter gegen Frankfurt. Fast noch besser als Mill selbst. Aber nein, es gibt nur einen Mill. Irgendwie holt man dieses 27 Jahre alte Nicht-Tor immer wieder aus der Schublade. Nachher muss man froh sein, dass der Frank Mill den Ball nicht reinbekommen hat. Ich überlege, welche Prämie ich ihm geben soll. Ich weiß auch nicht, ob er es annennen wird. Ich weiß auch nichts von der Prämie, aber mein Gott, wenn ich Udo Lattec treffe, er soll ein Bier ausgeben, dann geht's auch. Es ist deutlich, wer das Glück an diesem Tag auf seiner Seite hat. Hier sehen Sie mich. Die Journalisten stürmen sofort auf mich los. Das war natürlich 1000-Prozentiger. Ich habe etwas zu lange gewartet und wie ich schießen will, kommt der Verteidiger. Was haben Sie jetzt in der Kabine vorgelegt? Da habe ich ein lange Bein vom Verteidiger gesehen und da wollte ich zu genauer und schieße gegen den Pfosten. Aber Mill gibt nicht auf. Eine Vorlage zum Ausgleich. Mill und Zorc ganz lässig zum Zweizit. Ein Unentschieden, das in die Statistik eingeht. Mills Nicht-Tor ins Gedächtnis. Es gibt so viele Fußballer, da bleibt nichts. Bei mir bleibt wenigstens als Teuge ein Tor, was niemals ein Tor war. Also mich stört es nicht mehr großartig. Bei 123 Bundesliga-Toren verständlich. Bei 4 탭sorten im diverspicalen Sektions mistен. Mir gibt ein Tor-Transiin. Aber auch dieratos, was es euch